Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 422 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir essen hauptsächlich Obst und Gemüse, das wir auf dem nahegelegenen Biomarkt kaufen. Wir essen hauptsächlich Obst und Gemüse, das wir auf dem nahegelegenen Biomarkt kaufen. Du brauchst mich nicht hier abzuholen. Ich nehme mir ein Taxi. Das ist absolut kein Problem. Du brauchst mich nicht hier abzuholen. Ich nehme mir ein Taxi. Das ist absolut kein Problem. Du brauchst mich nicht hier abzuholen. Ich nehme mir ein Taxi. Das ist absolut kein Problem. In dieser Gegend war ich noch nie. Hier kenne ich mich nicht aus. Ich habe kein Navi und habe mich verfahren. Ich habe viel von meiner Oma und von meiner Mutter gelernt. Sie haben mir auch gezeigt, wie man Kuchen backt. Ich habe viel von meiner Oma und von meiner Mutter gelernt. Sie haben mir auch gezeigt, wie man Kuchen backt. Wenn du viel unterwegs bist, ist eine Kreditkarte unerlässlich. Vor allem im Ausland hilft eine Kreditkarte, unangenehme Liquiditätsprobleme zu vermeiden. Wenn du viel unterwegs bist, ist eine Kreditkarte unerlässlich. Vor allem im Ausland hilft eine Kreditkarte, unangenehme Liquiditätsprobleme zu vermeiden. Ich arbeite seit fünf Jahren bei der Polizei. Dieses Auto hat eine sportliche und luxuriöse Innenausstattung. Dies ist das am besten ausgestattete Modell. Das Flugzeug kann nicht fliegen. Es ist ein Modellflugzeug zum Anschauen. Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Ich bin mit meinem Freund in eine neue Wohnung gezogen und habe diese komplett renoviert. Jetzt ist mein Konto leer. Ich bin mit meinem Freund in eine neue Wohnung gezogen und habe diese komplett renoviert. Jetzt ist mein Konto leer. Ich bin mit meinem Freund in eine neue Wohnung gezogen und habe diese komplett renoviert. Jetzt ist mein Konto leer. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Bäcker hatte nur noch ein Croissant übrig. Sie sind immer so schnell ausverkauft. Hier an der Küste ist ein idealer Platz für drei neue Windkraftanlagen. Hier an der Küste ist ein idealer Platz für drei neue Windkraftanlagen. Alina sitzt auf der Brücke, liest ein Buch und hat einen Kaffee neben sich stehen. Carola betrachtet die Landschaft. Von hier aus sieht man sehr weit. Carola betrachtet die Landschaft. Von hier aus sieht man sehr weit. Lilly ist gerade aufgestanden. Sie ruft ihre Oma an. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. An unserem Supermarkt gibt es eine neue Ladestation für Elektroautos. An unserem Supermarkt gibt es eine neue Ladestation für Elektroautos. An unserem Supermarkt gibt es eine neue Ladestation für Elektroautos. An unserem Supermarkt gibt es eine neue Ladestation für Elektroautos. Die Boote sind stark beschädigt. Sie müssen repariert werden. Die Boote sind stark beschädigt. Sie müssen repariert werden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. An unserem Supermarkt gibt es eine neue Ladestation für Elektroautos. An unserem Supermarkt gibt es eine neue Ladestation für Elektroautos.